Hey. Ich bin Stella. Ich habe mich gefragt, ob du mal Lust hast, mit mir und meiner kleinen Tochter mal einen kleinen Ausflug zu machen. Du hast nur Tochter? Ja klar, warum nicht? Wie wär's am Sonntag? Ja, klar. Super. Okay. Dann ruf mich doch die Tage mal an und dann... warte. Dann machen wir bloß aus. Ja, cool. Dann ruf ich dich an. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Und? Volltreffer. Lisa, ich habe mich so angestrengt, das Geld von Papa zu bekommen. Was schlimm? Was meint sie mit schlimm? Nix. Lisa, ich brauche... ich brauche das Zeug, das weißt du. Bitte gib es mir. Ich bin darauf angewiesen. Nimm das Geld, du kannst mir jede Menge davon leisten. Ich will das Geld von Papa nicht. Ich rede hoffest. Was mir nocht? Ich bin hier drauf. Ich habe mich auch glücklich. Jahre, ich binchar super. 乾oz pas. Ich bin hier drauf. 段 adventure. Ich bin hier drauf. Ich bin hier drauf. Ich bin hier drauf. Vielen Dank.